Rajas 14 Emotionen Kommentar zum 140. Vers des Viveka Chudamani von Shankara Chaya Shankara schreibt Wenn das makellos reine, lichtvolle Ware selbst verschleiert ist, meint der Mensch in seiner Verblendung, ich bin der vergängliche Körper, dann bindet die rajasige Kraft der Projektion den Menschen gnadenlos mit den Fesseln der Emotionen wie Lust, Ärger, Gier und so weiter. Hier folgt Shankara letztlich der Logik von Patanjali, auch wenn er ihn jetzt nicht direkt nennt, er gebraucht auch andere Ausdrücke, denn Vedanta hat seine eigene Nomenklatur, aber so unterschiedlich ist sie auch nicht. Patanjali spricht von den Kleshas, beginnt mit Avidya, Unwissenheit. So sagt auch Shankara hier, das makellos reine, lichtvolle Ware selbst ist verschlossen, er verschleiert vielmehr. Also Moha, Verblendung. Also es kommt eine Verschleierung, eine Verblendung und durch diese Verblendung kommt dann die Identifikation. Asmita nennt es Patanjali. Hier sagt er auch Aham, Itti, Ich bin, Shariram, Ich bin der Körper. Und hält dann Kalayati, er hält das für das Selbst. Und aus der Identifikation mit dem Körper kommen dann Identifikationen. Patanjali nennt das erstmal Ragadvesha als Emotion, mögen und nicht mögen. Shankara gebraucht hier die Ausdrucksweise der Bhagavad-Gita, Karma-Krodha und Prapradhibhi. Prapradhibhi heißt ja und so weiter. Karma ohne Erre ist die Begierde, ist das Begehren. Du willst alles Mögliche haben. Wenn du dich mit etwas identifizierst, willst du mehr haben. Hast du ein schönes Auto, soll es noch besser werden. Willst du es pflegen, willst schön und glänzend und so weiter. Hast du schöne Kleidung, willst du vielleicht noch mehr, noch dazu passende Krawatte oder Schuhe oder was auch immer. Hast du ein schönes Haus, willst du noch mehr haben. Die Begierden hören niemals auf. Und dann kommt Krodha. Aus Karma folgt Krodha. Krodha ist der Zorn und der Ärger. Wenn du nicht bekommst, was du willst, dann bist du ärgerlich. Ähnlich wie Raga und Dvesha, wie es Patanjali nennt. Raga mögen, Dvesha nicht mögen. Karma, Krodha nennt Krishna die Tore zur Hölle. Du kannst selbst überlegen, wann du in diesen Höllensumpf gekommen bist, wo deine Gier war, wo du dich über etwas geärgert hast. Und hinter dieser Gier und diesem Ärger ist immer eine Identifikation. Lass die Identifikation fallen, dann verschwindet auch Gier und Ärger. Baka. Baka. Vielen Dank.